Hallihallo, liebe Mosaikmenschen, ich bin Alba und wollte euch zeigen, wie ich eine vegane Aioli mache. Und zwar, komm da rein, 50ml zuckerfreie Sojamilch, ich habe eine normale Sojamilch aus dem Supermarkt genommen, also man schmeckt das nicht, dass da Zucker drin ist. Dann macht man da 1 TL Zitronensaft rein, 100ml Rapsöl, wobei ich Sonnblumenöl benutze tatsächlich, das schmeckt man nicht. Und ansonsten kommen da Senf, Salz, Pfeffer und Knoblauchzehen rein. Das Ganze funktioniert wie folgt, man gibt zuerst die Milch rein, schmeißt dann, versucht sie nicht daneben zu werfen, aber schmeißt dann die Knoblauchzehen rein und dann kann man auch schon ein bisschen Zitrone hinzufügen. So ein guter Schuss, knapp einen Teelöffel, fertig. So, ich habe das jetzt einmal umgefüllt, weil der Mixer nicht in das kleine Gefäß gepasst hat. Genau, auf jeden Fall kann man schon mal anfangen zu mixen und dann während man mixt, langsam das Öl hinzugeben. Jo, und dann haben wir es auch schon geschafft. Wenn es euch zu flüssig ist, könnt ihr noch ein bisschen Zitrone reintun und einfach mal so ein bisschen mit den Mengenangaben spielen. Ich hoffe, es schmeckt euch. Achso, ich esse das immer so ein bisschen als Beilage. Was heißt als Beilage aber zu, entweder auf Brot oder auf Ofengemüse oder, oder, oder. Gibt auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Es sollte auf jeden Fall salzig sein. Liebe Grüße und guten Hunger.